Mit Vegatec planen Sie online in wenigen Schritten Ihr erneuerbares Energiesystem. Hierzu wählen Sie im Online-Konfigurator die gewünschten Komponenten aus und machen Angaben zu Ihrem Gebäude und Verbrauch. Unmittelbar danach erhalten Sie ein erstes unverbindliches Angebot für Ihr individuelles Energiesystem. Für eine genaue Wirtschaftlichkeitsprognose und Projektplanung übermitteln Sie uns weitere Informationen wie Fotos der Dachfläche oder Bauzeichnungen. Unsere Experten beraten Sie in allen relevanten Fragen, zum Beispiel zu Komponenten, dem Ablauf der Installation oder möglichen Ersparnissen. Wir liefern und installieren Ihr individuelles Energiesystem nicht nur schnell, sondern weisen Sie auch ausführlich in Ihre neue Anlage ein. Sie sparen jeden Tag Energiekosten, sind unabhängig von steigenden Strompreisen und schonen außerdem das Klima. Starten Sie Ihre eigene Energiewende noch heute. Konfigurieren Sie jetzt Ihr individuelles Energiesystem und erhalten Sie sofort Ihr persönliches Angebot.